Es war nie anders zwischen uns. In der Hinsicht werden wir das fortsetzen und werden versuchen hier unsere Verpflichtungen gegenüber dem Land so gut als möglich wahrzunehmen, entfernt von parteipolitischen Überlegungen. Das scheint mir jetzt wichtig zu sein, dass hier nicht die Taktik im Vordergrund steht, sondern die Verantwortung mit einem Schritt diese Aufgabe zu akzeptieren, hast du dich damit auch ganz klar dazu bekannt. In dem Sinn darf ich meine Erklärung auch schon wieder beenden. Danke.